heißer konzern im uranium let's play und ja einem pokémon uranium let's play um genauer zu sein das letzte mal haben wir ja ein bisschen verkackt das ist nicht so wichtig denn ja die sind doch nuclear die wo man gefangen hat ja hier sieht was jetzt und was ist das denn ja das ist das pokémon das aus dem ei geschlüpft ist sieht ein bisschen komisch aus aber ja das ist auch ein geschlüpft fragen sich vielleicht manche hölle macht es ja ich in deiner box ganz einfach ich habe gesehen wir haben das pokémon hier noch dabei das haben wir gefangen das ist level 30 und noch viel wichtiger der einzige warum das da drin ist es hat mega train damit sollten wir hoffentlich die arena schaffen ja wenn ich werde bisschen doof denn hier zu leveln ist richtig ätzend kacke falls ihr das spiel auch spielt und ungefähr soweit zeit und noch nicht in diesem nukleargebiet wart dann nutzt es nukleargebiet am besten um zu leveln weil sonst kann man nur da unten beim strand da will und die viecher geben einem vielleicht 160 exp wenn man glück hat also ist schon ziemlich schimmlig da ist nicht so einfach zu trainieren ja ich habe ein paar level hier ich glaube jedem ein level und dann noch okay rock hier habe ich noch ein bisschen mehr gelevelt mit 100 von box also ja nicht so super aber jetzt passt ja jetzt können wir mal schauen ob es ja jetzt kaputt kriegen es war glaube ich ganz links da müsste es schon passen so hallo wie geht's ja ich hatte spaß und dumm stück gegner mit einem op pokémon ich will dich einfach nur vernichten jetzt so ja sind zwei monstern ist nicht so schlimm aber ich werde hier auch chaotix benutzen ganz einfach weil der ziemlich nutzlos sein wird gegen den bösen gegner wenn wir noch sehen werden und tabt schau kann hat es uns nicht so war es sogar nicht dass das uns fast gewohnt hat also chaotix das nimmst du schaden so ein weichheit dass die frage ob die sich halt kein problem perfekt jetzt kann man schon mal schon mal dafür sorgen dass sie keine super potions war hat für die anderen pokémon super geil so wir sind wieder bei der vollen hp sehr schön verschwendt all deine tränke finde ich super weil wenn die ihr drittes pokémon halt dann haben wir ein problem oh ja so kaum exp was soll das eigentlich nein ich kämpfe jetzt so okay das war das ja dann müsst ihr euch neutralen schaden hier mitmachen oder warum ist das überhaupt das war zu viel okay sehr gut dann noch einmal schnell raus heute hier schon mal gut schaden gemacht hier durchs ist jetzt aber auch noch geküttet jodix ist tot für immer oder ewig jetzt die frage wie gut unser trappin hier vernichten kann jetzt und ob wir auch zuerst angreifen können bitte ja ok sehr gut trappin schon nicht hätte ich werde es aber nicht dem team rein tun aber ich werde es noch kurz benutzen um nächstes kack wie hier zu vernichten schauen wir mal er ignorierten trotzdem angegriffen ja ja du bist schon so ein schlauer hahaha so lustig trappin hier dabei verrexte jetzt auch eh gleich oder oder wohl nein gar mehr mega train überlebt noch einen aber den letzten angriff überlebt er nicht womit ich eigentlich kein großes problem habe denn ja es ist auch nicht so schlimm obwohl mal schauen auch noch ein krit okay so viel dazu schade dann halt nicht so wir das sind erstmal das ist jetzt gerade weil der dritte auch und das ist schon so ich sag mal schwer geworden nicht schlecht so veräkst du zeig mal was du drauf hast so der ist overlay hat übrigens ein bisschen gesponert glaube ich aber nicht so schlimm man sieht dass die entwicklung von den zwei anderen starten aber ich glaube es ist okay warte du hast noch ein pokémon hat die entwicklung von dem was bist du für ein monster es hat die hier eigentlich das teil ist übrigens dann glaube ich typ boden auch noch was ehrlich ja keine ahnung oh shit terminaste ich brauche deine hilfe da muss vernichten war sonst haben wir problem grab haben auf und so viel es hat trotzdem so mini ärmchen als könnte das damit schaden machen so poison fang ist mal in 10.000 stücke ja ich wiederholte es immer wieder bis es funktioniert gut gemacht vergiftet aua ja ja ist ein dumme so mich auch oh shit okay kein problem ich hatte gerade angst okay okay hast jetzt keine pokémon mehr bitte ich habe dem wieder in den xp share gegeben du hast es geschafft ich weiß die weiß ich bin gut gutes match ja du bist sehr stark hier nimm den tipp von kali ich habe und over und der ist waterpools ist ein super starker angriff ist supertollen brauchst du weil du ein kack nun bist du so wo ist es denn endlich mal was wir nutzen können hier auch ganz oben ich bin doof einsetzen das verschwindet danach richtig oder schauen wir mal kannst auch nein wir machen wir so das glaube ich ein bisschen nützlicher so 60 und spezial kann man endlich mal watergang raushauen obwohl mir wahrscheinlich bald eine gute wassertage bekommen ich weiß gar nicht schauen wir mal okay wie kannst du öfters einst perfekt okay das habe ich vergessen ob es jetzt hier so war oder nicht dann kann man mars ja ich auch gleich beibringen wieso eigentlich nicht mal schauen wahrscheinlich weil er eher mehr angriff hat oder keine ahnung wir können eigentlich rolle auch raushauen so dann hat er jetzt auch mal ein bisschen wasser tanken was aber ist ob das ist auch gut ist oder nicht ich weiß nicht und dann war es das mit arena leiterin ich freue mich ja jetzt gibt es endlich mal jetzt können wir endlich weiter da kann man besser trainieren ich sehr nervig es hat lange gebraucht moment ja hat er jetzt nicht wirklich viel gesehen an animation hupsa aber nicht so wichtig oder war nur ein kampf hätte schlimmer ausgehen können so gehen wir mal hier lang und vernichten ja man das muss ja jetzt eigentlich machen sollte sie ja ich hab's kapiert glaube okay wir haben dritten arena on aber das war's oder hey können wir jetzt irgendwie hier oben lang na bist du toll kriegst mich wohin nein okay müssen jetzt einfach nur zurück ich weiß gar nicht ja schon ob wir irgendwo vielleicht hier müssen wir ja mit den rangers wieder reden ich glaube eher nicht aber mal schauen scheinbar einfach nur irgendwie zurücklaufen und hoffen dass wir was finden ja wenn auch andere städtchen hier da waren wir schon dann hier nach links gehen vielleicht hier müssen wahrscheinlich hin da gibt es eine church oje was was gibt es denn hier von der religion arseus oder oder irgendeine ketzer religion ja ja so gut reden wir mal mit die die schauen wir mal du hast du letter zu kammern gebracht gut zu hören hier sind komische pokémon blablabla das habe ich glaube schon mal gelabert naja also nutzlos bist du was soll das eigentlich ja gut verschimmeln wir uns einfach zurück naja casino du mich auch so einmal du siehst komisch aus gib mir geld kokoslos milch warte ich will es einfach mal zweimal mitnehmen denn soweit ich weiß entwickeln sich pokémon damit ich glaube sogar dies ist eine kokosnuss pokémon also irgendwie an sie schon ekelhaft ist wenn es sich dadurch entwickelt ok julie es gibt notfall schau mal da der ocean oh what the fuck hm ok ja ich hab's kapiert animation da war noch eine andere explosion beim nuclear power plant oh mein gott nach zehn jahren schon wieder ich kann's nicht glauben ja ich muss schnell zu den ins ist sofort die people die leute das sind da probleme erstens vor am arsch diesmal werde ich den unterschied machen ich werde dafür sorgen dass alles super ist für dich und für alle anderen julie du musst ja schnell so schnell wie wirklich weg diese gegend ist gefährlich wenn von radiation werden bald hier uns aller wischen mir hier ihr wisst schon ich will dass du das hier heißt bb ferry ticket nach westen da ist eine da ist eine fähre die würde ich über den fluss bringen zur sicherheit ich weiß nicht viel über pokémon training aber ich glaube da ist eine arena da auch ist auch eine arena ich kann nicht mehr lange rede ich muss gehen pass auf dich auf wir können nicht hinterher oder wo ist die musik musik kann man sowieso wiederholen ok 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 ich dachte gerade die wollen mich jetzt die ganze zeit ohne musik hier weiter spielen also was soll das denn das kann ich doch nicht ich bin doch kein ja ich weiß nicht oh man hey fähre keine fähre nach westen hat er gesagt hm es wird jetzt wahrscheinlich zurück und dann nach westen habe ich auf den schreibern die ihre hochgelaufen ja ja nein mann 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 la 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 lala oh man ja wenn ich hier schon Leute nachlegen ah ja ja hier sehen wir da ist dieses monster sich zu einem monster entwickelt schrecklich wir stellen weg erinnn Nein, ich will dich nicht sehen. Wow, was ist das für ein Sound? Jo. Cool. Schauen wir mal. Ich habe noch ein paar Schutz dabei. Nein? Sicher? Ah, da doch. Super Appell. Ich habe mir extra welche gekauft, glaube ich. Ja, ja. Jo. Oh, was ist das falsch mit diesem Pokémon? Mein Capture-Style funktioniert bei ihm nicht. Immer diese Ranger. Hilfe! Ich helfe dir. Oh mein Gott, das ist ein Wolf. Haben wir schon einen von denen? Ja, aber gut. Können wir ihn ja in Ruhe vernichten. Und mit unserem Chaotix. Don, don, don. Ah, hier, das muss passen, oder? Sollen wir schneller? Sehr schön. Fass. So, wir wissen jetzt auch, was die für einen Typen haben. Weil wir haben ja jetzt schon welche gesehen und welche gefangen. Die sind vom Typen nuklear. So, gegen was die stark sind, gegen was schwach, weiß ich aber nicht. Danke. Ähm. Ich weiß nicht, was falsch war mit dem Teil. Aber es hatte eine komische Farbe. Und ich dachte, es wäre ein Shiny-Pokémon, aber es hat nicht normal reagiert. Und mein Styler konnte es auch nicht abchillen hier. Das hat wirklich versucht, mich anzugreifen. Ich habe noch nie so ein Pokémon gesehen, dass sowas gemacht hat. Ah, ich... Ich schuld dir was, Kind. Also solltest aufpassen. Ich glaube, hier sind noch mehr von denen. So, kann man doch hinter... Nein. Oh, hey, ihr solltet da nicht unbedingt stehen. Hier ist gefährlich. Hier sind aggressive Pokémon, die euch eure Pausenbrote klauen wollen. Ja, ist gefährlich. Muss ich da holen, halt. Okay. Oh. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie abnormal heftig diese verkackten Khorassons sind. Ich rede jetzt von den normalen Khorassons. Das waren die schlimmsten hier. Ich habe hier ja trainiert ein bisschen oder versucht. Und die Khorassons waren wirklich die, die ja meistens ausgehalten haben. Ja, ja. Das sollte sich nicht lustig machen über die Kollegen. Das sind abnormale Killer hier. Das ist die Frage. Was die jetzt noch für einen Typ übrig haben. Und wie der damit jetzt schön vernichtet Rino und können. Ja, einfach beide auf eins mal schauen und hoffen. Oh. One-Hit? Nope. Nicht mal knapp. Aber, oh. Wir können jetzt verwirren mit unserem Angriff. Sehr schön. Oh. Das war jetzt nicht so viel Schaden vom Terminus. Terminus. Ja gut. Die machen auch keinen Schaden. Alles gut. Oh. Ah, stimmt. Ja, Bubble trifft ja beide. Oh. Oh. Oh, shit. Sehr effektiv. Junge. War das so ein Angriff, ey? Nicht lustig. Ich lasse das. Das vernichten wir aber kurz das Ding hier. Und dann passt alles. Hier vielleicht verwirren wir auch noch das rechte dabei. Ist nämlich ein bisschen heftig drauf, die Kollegen hier, ne? Ich hab grad die Attacke gesehen. Oh, Protect. Hm. Ja. Ah. Hm. Äh. Hidden Power. Äh. Aquachat kann manchmal echt nützlich sein. Aber wir sind speziell und Waterpulse macht viel mehr Schaden. Machen wir Aquachat weg. Aquachat. Und mein Protect würde jetzt nicht so oft nützlich sein. Aber wer weiß. Ach. Oh. Da ist jemand. Dank Auti. Oh. Oh. Tius. Du. Dir geht's gut. Ich hab diese Pokémon. Ich hab gesehen, wie die Pokémon dich angesprungen haben. Aber ich habe nie gesehen, wie wilde Pokémon sich so reagieren. Es ist fast so, als würden die Menschen mit Absicht angreifen. Nee. Komm mit mir. Ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Ranger, join you. Ja, du folgst mir doch eher. Nicht andersrum. Oh, shit. Hm. 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 Was war das? Wow. Holy Shinx! Ich bin weg. Meow 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 meow. Hoffentlich ist es... Ja, gut. Es ist jetzt wahrscheinlich Typ Nuklear und dann noch Wasser oder Flug. Was ziemlich gut für uns ist, auch wenn Intimidate ein bisschen nervig ist. Wir müssen jetzt eine vielfach effektive Attacke haben, aber ein bisschen weniger Angriff wegen Intimidate. Mal schauen. Ja, perfekt. Wir können es jetzt auch fangen. es kann sich nicht bewegen und da wir hier dunkel haben haben wir auch noch einen perfekten ball dafür das ball der beste ball der welt die schaden gemacht das ist ein bisschen fuß abbeißen ja nicht nur normaler bis ab bis ihr monster bleibt drin bleibt ja das war ja 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 was als ob waterflug dumm ich auch du bist bestimmt killer und genau ich habe ihn vernichtet jetzt kommt zurückgekochen ich bin weggerannt aber ich war noch nie ich hatte noch nicht so viel angst also gesehen wie riesig das war und diese blank seelenlosen augen nicht blanken ihr wisst schon ich habe gerade nur gedacht nur daran zu denken sorgt dafür dass ich es auch da habe ich so viel anhand blablabla pokémon got crazy attacks ja alles verrückt geworden okay hat gesagt du solltest das hier nehmen hier blablabla tschüss gut ich würde mal sagen das war's für die folge und das nächste mal schauen wir mal hier in ruhe wegkommen ohne zu verrecken aber wir haben schon 30 punkt man wir brauchen 100 stück man ich bin da jetzt erst mal die folge und wir sehen uns beim nächsten mal